Hallo liebe Geschwister, hier kommt das Update 2020. Was habe ich mit Gott erlebt? In der ersten Februarwochen hatten wir eine 21-Ding-Gefassende-Zeit und in dieser Zeit sind wir so sehr in unserem Glaubensleben gewachsen und ihr Mund, beide innerlich ruhiger. Im März kam Corona und der erste Lockdown. In dieser Zeit sind wir immer mehr und intensiver mit dem Wortgraf des Führersachsen und haben uns auch intensiver damit beschäftigt und mit dem kristischen Urtext. Es hat uns große Freude gemacht, wenn wir im Wortgraf des Führersachsen können. Wir haben einen inneren, tiefen Frieden und Ruhe gefunden. Dann im April kam plötzlich unerwartet eine große Tüte mit Lebensmitteln an. Einfach jemanden vor die Tür gestellt, wir haben uns riesig gefreut. So groß ist unser wunderbarer Gott. Im Sommer, es war der Monat Juni, hat Jesus mich komplett von meinen chronischen Rückenchmerzen befreit, die wir schon immer Jahre hin geplagt haben. Hierzu könnt ihr hier oben euch das Zeugnis, wo ich von den Rückenschmerzen befreit wurde, nochmal euch anschauen. Und die Zukunftsängste, die wir bis dahin immer hatten, hat unser Herr Jesus uns komplett genommen. Er hat uns gezeigt, dass wir alle unsere Sorgen auf ihm werfen sollen. Das haben wir auch gemacht. Wir haben seitdem keine Ängste mehr und keine Angst allgemein. Das heißt, die Wohnung könnte jetzt komplett leer sein. Und das Konto könnte auch null sein. Und wir haben keine Angst, weil wir wissen, der Herr Jesus ist unser Versorger. Und das tut so gut, zu wissen im Herzen, um das auch nachzufühlen, mit diesem Frieden zu leben. Das wünsche ich Ihnen von euch. Im November haben wir eine Plätzchenaktion zur Verbreitung des Evangeliums gestartet, wobei viele Kinder tatkräftig mitgeholfen haben. Dafür nochmal ein ganz großes Dankeschön an euch. Die Plätzchen plus den Wort Gottes wurden dankbar von den Menschen angenommen. In diesem Jahr, wenn wir uns fortblicken, haben meine liebe Frau und ich gemerkt, dass unser Gebet zu ihm viel intensiver und stärker geworden ist. Wir wünschen euch jetzt allen ein besinkendes neues Jahr 2021 und viele persönliche Erlebnisse mit unserem Herrn Jesus Christus.